Ihr Lieben, ich verbringe gerade viel Zeit, damit meinen Töchtern zu erklären, was Redewendungen sind. Dass man nicht Tomaten auf den Augen haben muss, um Tomaten auf den Augen zu haben. Oder nicht einen Bären auf dem Rücken haben muss, wenn man einen Bären aufgebunden bekommt. Gar nicht so einfach, sowas zu verstehen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass in diesem Bibeltext, den Anke gelesen hat, ja gleich drei Redewendungen vorkommen, die wir auch kennen. Ganz deutlich war es bei dem, glaube ich, in diesem Sache, dass es wie Schuppen von den Augen fällt. Das sagen wir, wenn man was auf einmal versteht, was man lange überhaupt nicht verstanden hat. Und eigentlich war es doch so klar. Passiert bei Paulus hier. Dann sagen wir auch noch, dass man ein Damaskuserlebnis hatte. Also ein besonderes Erlebnis, wo was sich verändert im Leben. Und dann sagt man noch, dass man vom Saulus zum Paulus wird. Wenn jemand sich ganz radikal verändert. Saulus ist nicht vom Saulus zum Paulus geworden. Das waren einfach seine zwei Namen, die er hatte. Er hatte den hebräischen Namen Saul, griechisch ausgesprochen Saulus oder Saulos. Und er hatte den griechischen Namen Paulos. Die Namen hat er auch behalten. Da hat sich nichts geändert. Aber es hat sich sehr wohl bei ihm ganz schön viel geändert. Er war erst ein radikaler Gegner des Glaubens an Jesus. Und dann wurde er zum Anhänger dieses Glaubens. Er war erst einer, der verfolgt hat. Und dann wurde er später, wir haben es am Ende gehört, selber zu einem Verfolgten. Klingt erst mal ganz weit weg von uns, die wir hier so friedlich hier am Gemeindehaus sitzen. Aber glaubt mir, das hat ganz schön viel mit uns zu tun. Mit mir und mit dir. Wir sehen hier in diesem Text, wie Gott an Menschen wirkt. Wie Gott dir und mir ganz persönlich begegnet. Was es bedeutet, als Christ zu leben. Und ich finde auch zwei ganz persönliche Ermutigungen, mit denen ich am Ende schließen möchte. Mein erster Gedanke ist der alte Weg. Radikalster Einsatz für Gottes Gesetz. Wenn Paulus im Gottesdienst vorkommt, dann ist es meistens der Paulus der Gemeindegründer. Der Paulus, der den christlichen Glauben nach Europa gebracht hat. Aber hier in diesem Text lesen wir, er hatte eine Vorgeschichte. Er war nicht schon immer so. Er hat ein altes Leben und er beschreibt das oft in seinen Briefen auch, dass er so ein altes Leben hatte. Und er sagte über sich, er war ein Eiferer. Eifrige Arbeiter, die wollen Chefs gerne haben. Aber religiöse Eiferer, das finden wir eher schwierig. Und ich würde sagen, Paulus, man kann sagen, Paulus war all das, was unserer Gesellschaft Angst macht. Er war all das. Er war ein streng Gläubiger. Er war ein Hassprediger. Er war ein Fanatiker. Er war ein Radikalisierter. Und er war bereit, im Namen Gottes Gewalt anzuwenden. Das alles war Paulus. Ihr kennt das vielleicht, die Talkshows, die dann so drüber nachdenken. Ja, wie passiert das denn, dass Menschen radikalisiert werden? Meistens geht es da um muslimische Gläubige, die radikalisiert werden. Und hier in dem Fall ist es Paulus ein jüdischer Radikalisierter. Er glaubte an den Gott Israels. Er wollte, dass dieser Gott geehrt wird, wie er es verdient. Er wartete darauf, dass dieser Gott endlich den Messias schickt. Den neuen König, der Befreiung bringt für sein Volk. Und es war ihm ein absolutes Dorn im Auge, dass manche Juden die Gebote dieses Gottes mit Füßen traten, so wie er dachte. Er selbst, er war ganz streng, ein strenger Pharisäer. Ganz genau alles einhalten. Lieber noch ein bisschen strenger als nehmen. Und da sind da einige, die Christen, Juden, die jetzt an Jesus glauben, diesen falschen Messias, diesen falschen Propheten und wegen diesem Jesus einige von Gottes Geboten nicht mehr einhalten. Das geht doch nicht. Das muss doch geändert werden. Und er sagte notfalls auch mit Gewalt. Paulus ging es ganz um Gottes Gesetz, um Gottes Gebote. Das war ihm das Wichtigste. Und man kann sagen, für Paulus wurden die Gebote Gottes zu seinem Gott. Die waren ihm wichtiger als Gott selber. Alles drehte sich um das Gesetz, um die Gebote. Und ich sage es ganz deutlich, Gottes Gebote sind gut und richtig und wichtig. Sie schützen unser Leben, sie lassen Leben gedeihen, aufblühen. Aber Gott ist immer wichtiger als seine Gebote. Gott verdient den Ärzten Platz, nicht seine Gebote. Und da kommen wir ins Spiel. Auch wir können gute Dinge, an sich gute Dinge zu unserem Gott machen. Wir können die Arbeit zu unserem Gott machen. Anerkennung von Menschen, das Geld, die Partnerschaft, sogar die gute Partnerschaft. Alles gute Dinge, aber wenn du sagst, das ist für mich das Wichtigste im Leben, das muss ich haben. Sonst kann ich nicht leben. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig für dich und für andere. Es ist total gut, sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Aber wenn ich Gerechtigkeit zu meinem Gott mache, wenn Gerechtigkeit alles für mich ist, dann werde ich vielleicht auch für diese Gerechtigkeit Gewalt anwenden, ungerecht werden. Erleben wir ständig. Ja, wir haben viel Freiheit, unser Leben zu gestalten. Das ist gut. Aber wenn meine Freiheit mein Gott wird, wenn mir nur noch um meine Freiheit geht, dann werde ich voll von diesem Egoismus, den ich an anderen Menschen so schrecklich finde. Dann werde ich genauso ein Mensch. Gott allein verdient es, der Mittelpunkt unseres Lebens zu sein. Er allein ist Gott. Verdient es, Gott zu sein. Das war der alte Weg von Paulus. Radikalster Einsatz für Gottes Gesetz. Aber dann erlebt er eben vor Damaskus und in Damaskus eine Wende. Er hatte einen klaren Plan. Ich gehe nach Damaskus. Ich suche, wo sind da Juden, die Gottes Gebote nicht mehr einhalten wegen Jesus. Ich verhafte sie. Ich bringe sie nach Jerusalem, wo sie entweder unter Drohung diesem Glauben abschwören oder wo sie verurteilt werden, notfalls auch hingerichtet werden. Doch Paulus wird gestoppt. Er sieht auf einmal ein ganz helles Licht und stürzt wegen dieses Lichtes zu Boden. Er macht die Augen zu, kann nicht hingucken und er hört eine Stimme. Er hört eine Stimme von Himmel, die sagt, sie spricht ihn mit seinem persönlichen Namen an. Nicht mit der griechischen Variante Saulus, sie sagt, Saul, 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 warum verfolgst du mich? Er fragt, wer bist du, was ist das, was passiert dir? Und dann kommt der Schock seines Lebens. Die Stimme sagt ihm, ich bin Jesus, Jesus, den du verfolgst. Das war der Schock seines Lebens. Erstens merkt er, ich habe mich in Jesus geirrt. Ich dachte, er ist ein falscher Prophet, ein falscher Messias und die Kreuzigung, sein Tod, ist der Beweis dafür. Und jetzt sehe ich, nee, dieser Jesus lebt. Er ist bei Gott, er darf zu uns sprechen. Er ist der Messias. Er ist wirklich der Messias. Und das ist schlimm, weil ich habe ja gegen die Anhänger von Jesus gekämpft. Ich warte mein ganzes Leben darauf, dass Gott den Messias schickt. Und ausgerechnet ich bin es, der es verpasst hat. Der es nicht gemerkt hat. Der blind dafür war, dass der Messias schon da ist. Und noch viel schlimmer, ich habe seine Leute verfolgt. Getötet. Was ist jetzt mit mir? Was macht jetzt dieser Messias mit mir? Wird Jesus mich verurteilen und töten, so wie ich es mit seinen Anhängern gemacht habe? Jesus sagt ihm, geh in die Stadt. Und da wird dir gesagt werden, was du weiter tun sollst. Er will gehorchen, er steht auf, er macht die Augen auf und er merkt, ich bin blind. Ich bin blind. Und das ist die große göttliche Ironie. Paulus wollte nach Damaskus, um Christen gefangen nach Jerusalem zu führen. Und nun muss er selbst nach Damaskus geführt werden, wie ein Gefangener, weil er blind ist. Er verbringt drei Tage fastend und betend, nachdenkend über das, was passiert ist in seinem Leben. Und er merkt, ich bin total falsch abgebogen. Über meinen leidenschaftlichen Einsatz für Gottes Gesetz, Gottes gutes Gesetz. Habe ich verpasst, worum es eigentlich geht? Habe ich verpasst, dass Gott den Messias geschickt hat? Habe ich gegen Gottes Plan gekämpft? Dass das Heil, die Rettung, das neue Leben, auf das ich warte, dass das in Jesus schon da ist? Du und ich, wir sind sicher ganz anders als Paulus. Aber wir alle biegen falsch ab im Leben. Wir alle sind falsch abgebogen. Wir alle nehmen gute Dinge und machen sie zu unserem Gott. Und in manchen Schlüsselerlebnissen, vielleicht hast du so ein Damaskuserlebnis gehabt, wo das dir deutlich wurde, hier baue ich total auf das Falsche. Ich bin ja auf dem Holzweg. Aber durch das Erlebnis vor Damaskus alleine, dadurch wird Paulus nicht zum Christen, zum Nachfolger von Jesus. Christ wird man nur durch andere Christen. Bei Paulus ist es die Begegnung mit diesem Hananias. Gott beauftragt diesen Hananias, ganz ähnlich wie er es mit Paulus macht. Er redet mit ihm, aber Hananias weiß, wer da zu ihm redet. Er sagt, geh da hin und geh da zu diesem Paulus. Und er kriegt nicht eine Gerichtsbotschaft mit. Gott wird dich jetzt strafen für das, was du getan hast. Nein, er bekommt eine Gnadenbotschaft mit. Hananias muss da erstmal mit klarkommen, weil er hat uns verfolgt. Er wollte mich verfolgen. Aber er geht da hin. Er legt Paulus die Hände auf, so ähnlich wie wir es gerade eben auch gesehen haben. Und dann sagt er, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der auf dem Weg nach Damaskus dir erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann kommt diese Redewendung. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Er kann wieder sehen. Ein Wunder, aber für Paulus war was anderes viel größer. Für ihn war noch viel krasser, dass er hier erlebt, was Gottes Gnade bedeutet. Was ist Gottes Gnade? Was bedeutet sie? Gottes Gnade bedeutet, dass ein Jesus, der Messias, diesem Paulus, der total falsch abgebogen ist, der gegen ihn gekämpft hat, dass der ihm sagen lässt, ich werde dich nicht töten, ich werde dich nicht bestrafen, ich vergebe dir, ich verbanne dich nicht. Nein, ich will dich in meiner Nähe haben. Ich will dich bei mir haben. Ich will, dass du mit meinem Heiligen Geist erfüllt bist. Dass ich so bei dir bin und ich will dich sogar als Werkzeug gebrauchen. Ich will, dass du mit mir unterwegs bist, dass du in meinem Namen Dinge tust. Fühl mich mit mir zusammen. Ich habe Pläne mit dir. Und Hananias, der gibt dieser Gnade Gottes ein Gesicht. Das muss man sich ja mal überlegen. Hananias war einer von denen, den Paulus gebunden nach Jerusalem hätte führen wollen. Er hatte ihn gesucht. Er wollte ihn aufspüren. Und jetzt ist es genau andersrum. Dieser Hananias, er spürt Paulus auf. Er sucht ihn in diesem Haus. Und er legt ihm die Hände auf. Er spricht ihn an. Nicht fremder Saulus. Bruder Saulus. Bruder Paulus. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist Vergebung. Das ist Annahme. Und Paulus, er ist nicht mehr blind. Er versteht es. Er nimmt diese Gnade Gottes an. Diese Gnade, die ihm gesagt wird von Menschen. Die Gnade, die ihm Menschen sich widerspiegelt. Und er lässt sich taufen, um auszudrücken. Mein altes Leben, das ist vorbei. Mein Leben gehört jetzt diesem Jesus, diesem Messias. In Christus ist mein ganzer Halt. Wir haben es vorhin gesungen. Ich weiß noch nicht alles, was das bedeutet. Was das mit mir machen wird. Aber ich öffne mein Leben diesem Jesus. Und ich vertraue darauf, dass das gut ist. Dass seine Gnade mein Leben prägt. Immer mehr bestimmt, dass er in mir lebt. Und genau das ist es doch bis heute. Gott wirbt um dich und um mich. Er benutzt besondere Erlebnisse. Um uns mal wach zu rütteln. Um uns deutlich zu machen, da ist mehr. Da ist was. Da ist wer. Da ist jemand. Und durch Menschen wie Hananias sagt er uns, ich will dich bei mir haben. Ich vergebe dir, dass du falsch abgebogen bist. Ich will dich bei mir haben. Ich will in dein Leben hineinkommen. Ich will meinen Heiligen Geist in dich geben. Ich habe Pläne mit dir. Und dann kommen wir an diesen Punkt, an den auch Paulus hier kommt. Wie reagiere ich da drauf? Kehre ich um von meinem Irrweg? Öffne ich ihm mein Leben? Und dann sage ich erst mal abwarten. Erst mal danke. Aber noch nicht. In zwei Wochen haben wir Taufe und da feiern wir, dass zwei Menschen diese Gnade Gottes erlebt haben. Diese Einladung gehört haben und gesagt haben, ja, ich öffne dir mein Leben. Ich will mit dir leben. Der bekannte Autor C.S. Lewis, der beschreibt es in seiner Autobiografie mit sehr schönen Worten, wie das passiert ist bei ihm. Er sagt, mir wurde bewusst, dass ich Gott auf Abstand hielt und aussperrte. Ich trug eine Rüstung, als wäre ich ein Krebs. Ich spürte, wie mir eine freie Wahl angeboten wurde. Ich konnte die Tür öffnen oder verschlossen lassen. Ich konnte die Rüstung ablegen oder anbehalten. Ich entschied mich aufzumachen, die Rüstung abzulegen. Vielleicht fragst du dich schon länger, wer passt der Glaube eigentlich in mein Leben rein? Wer bin ich eigentlich? Passt der Glaube zu dem, was ich in mir finde oder was da noch ist, was ich noch gar nicht gefunden habe? Ist das ein Weg für mich? Ich will dir sagen, lass ihn in dein Leben rein. Er wird dir helfen zu sortieren. Er wird alles Gute in deinem Leben. Wachsen lassen, aufblühen lassen, zum Vorschein bringen. Lass ihn in dein Leben. Drittens, der neue Weg. Ganz mit und in Jesus leben. Wenn wir über Glauben sprechen, dann nehmen wir meistens so diese Begriffe Glauben oder Religion. Hat manchmal so das Problem mit Glauben, den kann ich ja nur im Kopf haben. Oder ganz tief in mir irgendwo versteckt. Ich glaube das schon irgendwie auch. Spannend finde ich in der Apostelgeschichte, da ist es so, dass der christliche Glaube meistens als der Weg bezeichnet wird. Hier Vers 2 steht es, Paulus wollte die gefangen nehmen, die zu diesem Weg, zu diesem neuen Weg gehören. Das finde ich spannend, weil einen Weg, den kann ich nur als ganzer Mensch gehen. Wenn ich durch die Heide wandere, dann tue ich das als ganzer Mensch. Dann tue ich das mit meinem Verstand, mit meinen Gefühlen, mit meinem Willen, mit meinem Körper. Und darum geht es beim Leben als Christ. Dass ich einen Weg gehe als ganzer Mensch. Und genau das tut Paulus jetzt. Er geht als ganze Person den Weg mit Jesus. In Christus ist mein ganzer Halt, für mein ganzes Leben. Mit dem Verstand weiß Paulus jetzt, dieser Jesus ist der Messias. Und er denkt da mehr drüber nach, was das bedeutet. Er lernt von den Christen dort und durchdenkt das tiefer, erklärt das tiefer in seinen Briefen. Sein prägendes Gefühl ist nicht mehr der Ärger und der Hass auf Christen. Er sagt, die Liebe von Jesus, die bewegt mich. Er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist, was sein prägendes Gefühl ist. Mit seinem Willen, da setzt Paulus sich weiter leidenschaftlich ein für Gott. Gottes Gebote sind ihm auch weiter wichtig. Aber er macht es anders. Er ist weiterhin, würde ich sagen, ein Radikaler, ein Leidenschaftlicher. Aber ohne jede Gewalt, ohne jeden Zwang. Ihr wisst, es gab es leider auch Gewalt im Namen von Jesus. Kreuzzüge sind immer so ein typisches Beispiel. Es gab noch mehr. Wie ist das? Miroslav Wolf hat viel über Gewalt zwischen Völkergruppen nachgedacht. Er ist Jugoslave, Kroate, kommt aus, das ist sein Hintergrund, Völkerkriege da in, oder Kriege da in Bulgarien, was heißt Bulgarien, in Jugoslawien, Jugoslawienkriege, Balkankriege. Und er sagt für sich, bei meinem Nachdenken komme ich auf diese Sache, der beste Schutz gegen religiöse Gewalt ist nicht weniger Glauben. Nicht, dass man den Glauben weniger, tiefer hängt. Er sagt, das ist gerade die Gefahr. Ein niedriger Glaube, der wird ganz schnell zum Begriff, was ich einfach verwende, um ihn gegen jemanden zu verwenden. Gerade der beste, ein tiefer christlicher Glaube, sagt er, ist der beste Schutz gegen religiöse Gewalttätigkeit. Wenn ich überzeugt bin, sagt er, dass Gott der Richter ist, dass Gott alleine der ist, der Menschen beurteilen wird, dann habe ich kein Recht, Menschen zu verurteilen oder gar zu bestrafen. Und wenn ich weiß, dass ich genau wie alle anderen Menschen auf dem falschen Weg war und immer wieder bin, ein Sünder, der Vergebung braucht, dann kann ich auch anderen vergeben. Paulus hatte weiter eben diesen tiefen Glauben. Er war im besten Sinne, würde ich sagen, ein Radikaler. Aber anders als vorher, er war radikal ehrlich jetzt. Und er vertraute radikal auf Gottes Gnade. Er wusste durch seine eigene Erfahrung, wie krass man am Ziel vorbeigehen kann, wie falsch man abbiegen kann. Das war diese radikale Ehrlichkeit, diese radikale Selbsteinsicht. Ja, wir sind Sünder. Aber gleichzeitig wusste er um die radikale Gnade Gottes, wie groß die Gnade Gottes ist. Und er gab dieser Gnade Gottes in seinem Leben immer mehr Raum. Und das drückt er so beeindruckend in seinen Briefen aus. Ich lese einfach mal zwei Bibelstellen. 1. Korinther 15, da schreibt er einerseits, ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Radikale Selbsteinsicht und jetzt radikale Gnade. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist in meinem Leben nicht ohne Wirkung geblieben. 1. Timotheus 1. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten und ich selbst bin der Erste unter ihnen. Aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt, denn Jesus Christus wollte an mir als Erstem beispielhaft seine ganze Geduld zeigen. Sie gilt allen, die künftig zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Radikale Selbsterkenntnis, radikales Vertrauen auf die Gnade von Jesus. Und aus dieser Sache folgte für ihn sein radikaler Einsatz für Jesus. Er wollte immer neue Schritte mit Jesus gehen. Philippa 3. Mein Gewinn ist Christus. Zu ihm will ich gehören. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich mit ihm bis in den Tod gleich werde. Ich möchte nicht behaupten, dass ich alles schon ergriffen habe, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich wünsche mir von Jesus für mich mehr von dieser Ehrlichkeit. Von diesem radikalen Vertrauen auf Gottes Gnade und daraus von dem Einsatz für ihn. Und das wünsche ich auch dir, dass Paulus da unser Vorbild ist, weil er sich radikal an Jesus Christus hält. Denn Christus ist mein ganzer Halt. Ich wünsche uns, dass wir als ganzer Mensch den Weg mit Jesus weitergehen, ihn anfangen vielleicht, ihn weitergehen. Zum Schluss zwei Ermutigungen aus diesem Text, für dich persönlich. Erstens, du bist Gott ganz wichtig. Da ich denkst immer wieder, ach, ich bin ja ein ganz kleines Licht. Ich habe nichts Besonderes erlebt. Mein Leben ist irgendwie ganz klein und unbedeutend im Vergleich mit solchen Leuten wie Paulus und der Bibel und so. Ich möchte dir sagen, erstens, auch heute tut Gott noch besondere Dinge. Wenn du willst, schau mal auf YouTube die Lebensgeschichte von Yassir Erik an. Ich würde sagen, das ist ein moderner Paulus in jederlei Hinsicht, vorher wie nachher. Und auch hier in der Gemeinde haben wir Menschen, die wirklich auf ganz besondere Weise zum Glauben gerufen worden sind. Eine Monika, ein Michael, eine Sarah, ein Heinz-Heinrich, eine Regine. Tolle Geschichten gibt es hier. Und zweitens, auch wenn in deiner Geschichte weniger Licht und Stimme vom Himmel und mehr Hananias vorkommt, es geht letztlich genau um dasselbe wie bei Paulus. Dass Gott dich ruft, dich, der du ohne ihn falsch abbiegst, dass du bei ihm bist. Dass er dir vergibt, dass er in dein Leben hineinkommt und es mehr und mehr mit seiner Gnade prägt. Darum geht es. Gott will dich bei sich haben und er hat auch Pläne mit dir. Du musst dich in Paulus werden. Es reicht ein Hananias zu sein. Rede mit Menschen über Jesus, über das, was du erlebst. Und zweitens will ich dir Hoffnung geben. Schau mal, wenn man Paulus gefragt hätte vor Damaskus, könnte es passieren, dass du Christ wirst? Was hätte er gesagt? nie im Leben. Ich kenne Menschen, die das auch gesagt haben. Und dann schafft Gott das mit diesem Paulus. Gott kriegt das mit diesem Paulus gebacken, dass der diese Lebenswende hinkriegt. Und wenn Gott das mit Paulus hinkriegt, dann kriegt er das doch auch mit anderen Menschen hin, oder? Vielleicht mit deinen Kindern, deinem Partner. Vielleicht mit Freunden, die dir ganz arg am Herzen liegen. Vielleicht mit dir selber. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass Gott es auch mit uns hinkriegt. Mit unserer Gemeinde, auch in schwierigen Umständen, in komischen Zeiten. Gott kriegt es hin. Paulus selbst bringt es mal so wunderbar auf den Punkt. Philippe 1, Vers 6. Ich bin mir sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, dass er es auch zum Ziel bringen wird. Nicht, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, jetzt darauf schaut, wie bringen wir es denn zum Ziel? Schaffen wir es denn? Nein, dass er das gute Werk, was er in uns angefangen hat, dass er das zum Ziel führt. Vertrau auf ihn, geh mit dem Weg mit ihm, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diesen Lied werden wir jetzt singen und hören.